Sie stehen jetzt online zur Verziehung, die können Sie also nochmal nachsehen, und zwar unter ntv.de-Ratgeber. Wir, wir sehen uns direkt wieder, und zwar nächste Woche in der nächsten Sendung. Bis dann! Grüßen! 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 Guten Abend und herzlich willkommen hier im Kant-Gymagnacium in der Aula zu unserem Theaterabend im Jahr 2012. 2012. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und ich weiß, dass uns ein spannender Abend erwarten wird. Ein sicherlich ungewöhnlicher, aber auch sehr schöner Abend. Ich möchte sie und euch alle bitten, deswegen auch die Handys, Smartphones auszuschalten und allein aus Respekt gehen für unsere Schauspielerinnen und Schauspielern. Und dann wünsche ich ganz viel Freude und einen sauberen Theaterabend, die wir uns gekommen haben. Vielen Dank. Kannst du bitte damit aufhören? Ich... Womit denn? Das weißt du ganz genau. Ich sitze doch nur still neben dir und tue gar nichts. Dann ist ja gut. Der will langweilige Bücher sehen, der muss zu Cessi ja gehen. Alice, halt deinen Mund. Ich hab dir angeboten vorzulesen, aber du wolltest nicht. Welchen Zweck haben die Bücher, in denen überhaupt keine Bilder vorkommen? Ich möchte lesen. Was du machst, ist mir egal. Hauptsache, du bist leise. Super, weil man hier auch so viel machen kann. Ich hab mir nicht. Ich hab mir bestimmt zu spät. Was war denn das? Cessi ja. Hast du das gesehen? Ein Kaninchen mit der Bestentasche. Hallo? 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 Ich hab dir schon. Das ist nämlich gar kein Ende. Ich hab dir schon. Das ist nämlich gar kein Ende. Wenn ich noch länger angefallen wäre, wäre ich bestimmt durch die Erde hindurchgefallen. Ich bin bei den Menschen herausgekommen, die mit dem Kopf nach unten laufen. Antipathien, sagt man, glaube ich. Aber jetzt muss ich mich erstmal erkundigen, in welchem Land ich bin. Darum komme ich nicht herum. Bitte, liebe Dame. Könnten Sie mir sagen, ob hier nur in Seeland oder Australien ist? Die werden mich aber für ein dummes Ding halten. Nein, das geht nicht. Oh, du Bobbelschwanz. So spät schon. Oh, da ist es ja wieder. Nein, 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 da ist es ja wieder weg. Wo ist es denn hingelaufen? Bestimmt durch eine dieser Türen. Ich bin zugänglich. Nein, da ist es ja wieder. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Da ist da noch eine Tür, die geht sogar ab. Ich sehe doch ganz viele Leute und alle starren mich an und sind so böse. Sehen die Lachen? Hallo? Vielleicht halten die mich ja für so eine Art Gott oder so. Wenn ich mir die Tür so anschaue, dann doch wohl eher der Gott der Größe. Schon meine Oma sagte immer zu mir, nein Alice, bist du mal wieder groß geworden. Auf jeden Fall möchte ich die Leute kennenlernen. Nur, wie komme ich hinein? Ich bin viel zu groß. Den Kopf will ich schon nicht. Aber was fange ich nur ohne meine Schultern an? Ich wünschte, ich könnte mich hier wie so ein Fernglas zusammenschieben. Ich glaube, ich spreche es fertig. Wenn ich nur wüsste, wie man damit anfängt. Was ist denn das? Trink mich. Ob ich das wirklich trinken soll? Nee. Vorher will ich doch wohl nachsehen, ob da nicht irgendwo vor sich Gift steht. Ich bin groß wie Schüßig. Ich kann mich nicht mehr mitnehmen. Ich bin groß wie Schüßig. Ich bin groß wie Schüßig. Ich bin groß wie Schüßig. Die neue Maas. Ich bin groß wie Schüßig. Ich bin groß wie Schüßig, aber ich bin groß wie Schüßig. Dein ihr morgens wie Pflaster. Warum sind die so riesig geworden? Und die Türen erst. Wahnsinn. Aber dann, oh, und die erst. Das darfst du nicht wahr sein. Sei es die Charity. Ein so großes Mädchen wie du. Weit in einem Porn. So kann ich, so kann ich die Karte noch mal auf. Die Herzogin, die Herzogin. Ich wüsste, dass sie sich aufhören, wenn ich sie warten lasse. Willst du lieber Herr? Nee, 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 ich komme bestimmt zu spät. Hier ist ein Mädchen. Was? Das ist ein Mädchen. Das war's für heute. So etwas, wie der Kerl auch heute alles geht, und aber war gestern doch alles wie gewöhnlich. Ich habe immer wieder ausgetauscht worden. Also, wie steht es damit? War ich heute Morgen beim Aufstehen noch dieselbe? Es ist doch fast, als wäre ich mir ein wenig anders vorkommen. Aber wenn ich nicht mehr dieselbe bin, dann muss ich mich doch fragen, wer in aller Welt bin ich denn dann? Ja, das ist das große Rätsel. Also die Ader, die bin ich einmal sicher nicht. Denn Jaha hat so flängliche Kringen. Kringen hat meines überhaupt keine. Die Marge, nee, die bin ich erst recht nicht. Denn ich weiß alles mögliche. Und die, die weiß doch nur so wenig. Außerdem ist sie doch sie. Und ich bin ich. Und ach, lieber Himmel, wer soll sich denn da noch zurechtfinden? Mal sehen, ich will mal wissen, ob ich noch alles weiß wie vorher. Also, drei mal fünf ist zwölf. Und drei mal sechs ist dreizehn. Und drei mal sieben... Nee, so komme ich doch nie bis zwanzig. Aber das Einmaleins, das ist hier doch mein Zentrum. Dann doch lieber Geografie. Also, London ist die Hauptstadt von Paris. Und Paris ist dann die Hauptstadt von wo? Und wo? Ach nein, das ist bestimmt alles falsch. Dann bin ich also doch mit Marge vertauscht worden. Hm, ich werde mal aufsachen. Wie emsig doch das Bienelein. Wie emsig doch das Ruppenbier. Den Schwanz sich aufgebessert. Und jede Schuppe fährt am Niel. Im Golde hat gewässert. Wie Clark wird jede Träne rein. Wenn er lockt die Fischilein hinein. Und seine Milzenen lehren. Das ist bestimmt auch nicht richtig. Dann bin ich wahrhaft dick Marge. Und muss auch noch in ihrem schäbigen, kleinen Haus wohnen. Wo es so gut wie gar kein, überhaupt kein Spielzeug gibt. Nein, wenn ich Marge bin, bleibe ich hier unten. Bis ich jemand anderes bin. Ich wünschte nur, sie steckten endlich ihre Köpfe hinunter. Ich will nun wirklich nicht mehr hier länger alleine sitzen. Hallo! Bleibt dies in der Runde? Oh mein Gott, du König, du König! Aber was? Ich bin mir ganz schön, du bist. Ich bin... Ich trauere meine Eltern. Meine Eltern. Meine Eltern. Und du hast... Sie... Sie ist ertrunken. Ich bin... Ich bin... Ich wünsch... Ich könnte sie euch zeigen. Ich denke, wir würden euch auch bald was aus Katzen machen. Ich bin... 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 Emma! Emma! Da musst du sie annehmen. Hey! Damit kommen wir nie genug. Ach was? Das reicht schon. Jetzt ist keine Zeit zu meckern. So Emma, fangst du ja los. Oh 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 oh! Und du selbst jetzt, mach uns! Komm auf. So, wer von euch gleich jetzt in den Kamin hinunter? Ich will so ich den Emmas von Luna gehen. Ich will so den Schleppern verkaufen von Luna. Halt! Dann fliegt Emma. Fangen Sie auf? Stehen Sie im Kopf? Stehen! Es ist eine Cognac. Langsam, schon der Flugstich noch. Nein, es geht mir besser. Was ist denn passiert? Erzähl doch mal. Ich weiß es nicht. Ich war da oben. Und dann kam was nach mich zu. Die Springteufel. Und dann zieh ich ab wie so eine Leuchtrakete. Allerdings. Allerdings. Wir müssen das Haus einäschern. Wenn ihr das tut, dann hätt's nicht so sauer auf euch los. Ich hab eine bessere Idee. Wenn ihr das noch mal macht, dann geht's euch schlecht. Geht los, weg ihr! Das sind ja Kompons. Denk, ich probiere eins. Irgendetwas Interessantes passiert ja immer. Ja. Jetzt aber schnell weg hier. Bevor die wiederkommen. Ja. 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 Ich wollte schon fast, ich wäre nicht in das Kaminchen noch gesprungen. Doch, merkwürdig ist diese Lebensweise trotzdem. Ich möchte nur wissen, was mit mir eigentlich passiert ist. Oder beim Märchenlesen dachte ich, so etwas sei gar nicht möglich. Oder wahrscheinlich selbst dann im Märchen und Sprungen zu sein. Man sollte ein Buch über mich schreiben. Oder noch besser, ein Theaterstück. Wann muss ich erst einmal meine Größe zurückgelangen? Wahrscheinlich müsste ich dafür etwas essen oder etwas trinken. Die Frage ist noch was? Wer bist denn du? Das weiß ich selbst kaum, zumindest. Heute Morgen wusste ich noch, wer ich war, aber seitdem muss ich einige Male vertuscht worden sein. Wie meinst du das? Erkläre es. Ich fühle dich. Ich kann mich gar nicht erklären, denn ich bin gar nicht. Seht sie? Ich sehe gar nicht. Nun, besser kann ich es gar nicht ausdrücken, denn erstens begreife ich es selbst nicht. Und zweitens ist es sehr verwirrend, dann einen Tag so auf die Größe zu wechseln. Eineswegs. Vielleicht empfinden Sie das anders, aber eines Tages wird es sich verbunden und das werden Sie ja, wenn Sie wissen, dann wird es für Sie sicher auch sehr sonderbar. Gar nicht. Nun, vielleicht empfinden Sie das anders, aber ich kann nur sagen, für mich wäre das sehr sonderbar. Möglich. Wer bist du denn? Ich würde das heute erst einmal sagen, wer Sie sind. Warum? Karl, komm zurück. Ich muss Ihnen noch etwas Wichtiges sagen. Du musst dich wahrlich besser beherrschen. Ist das alles? Nein. Das ist alles. Du glaubst, du seist jemand anderer geworden, wie? Gut, ich fürchte was, mein lieber Herr, denn manches wird mir nicht mehr einfach wie früher und es vergeht keine Viertelstunde, ohne dass ich größer oder kleiner werde. Bist du denn, Sophie, mit dem, was du jetzt bist, mit deiner Größe? Na ja, also, ein kleiner, wenn ich größer möchte ich schon gern sein, wenn es Ihnen nichts ausmacht, drei Zoll ist, finde ich eine ziemlich, na ja, erwerbliche Größe. Mein Gott, das ist ganz im Gegenteil, wunderschön in der Größe. Aber ich bin doch auch gar nicht mehr gewöhnt. Wenn diese Wissen doch nicht immer so schnell und leidig wären. Das Zeitgewöhn hat sich schon alles. So, ihr Herzogin, eine Einladung der Gemeinschaften zu eurer Koffelskapie. Und, ihrer Meister, eine Einladung zur Koffelskapie. Es hat keinerlei Sinn, dass du da anklopfst. Und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen bin ich auf derselben Seite der Türe, wie du es bist. Und zum anderen machen die darin einen derartigen Lärm, dass dich unmöglich jemand hören wird. Aber wie soll ich reinkommen? Einen gewissen Sinn hätte dein Klopfen vielleicht, wenn die Türe zwischen uns wäre. Wenn du etwa drin wärst und anklopfest, dann könnte ich dich hinauslassen. Aber, ob ich soll nicht reinkommen? Ich bleibe hier sitzen. Bis morgen. Oder vielleicht bis übermorgen. Ansonsten soll ich da nicht reinkommen. Soll ich überhaupt hineinkommen? Das ist doch erst einmal die Frage. Es ist doch so verrückt, während wir die Leute hier die Wortschritte verzehen. Ich bleibe hier sitzen. Ganze Tage lang. Aber was soll ich da machen? Was du willst. Mit ihm zu leben nach überhaupt fressen, er ist vollkommen über sich. Mit ihm zu leben? Wie geht's? Wie geht's? Birώst. Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr sollt nicht gekröpft werden. Sind Ihre Kräpfe ab? Mit Verlauben, Ihre Köpfe sind fort. Gut. Kannst du Crocket spielen? Ja. Dann los! Ein sehr, sehr schöner Tag heute. Ja, das stimmt. Sehr schön. Aber wo ist denn die Herzogin? Leise! Sie wurde zum Tode verurteilt. Wofür denn? Sagtest du wie schade? Nein, ich finde das ganz und gar nicht schade. Ich fragte wofür denn? Sie hat die Königin geohrfeigt. Steh doch, sie soll's noch hören. Also das kam so, als die Königin sich einmal wieder mächtig verspätet hatte und sagte, auf die Plätze! Oh, die Inna-Katze. Na, da bekomme ich doch ein bisschen Gesellschaft. Na, wie gefällt Ihnen die Königin? Sie mag mir so ganz und gar nicht gefallen. Sie ist so unglaublich geschickt im Crocket spielen, dass es sich gar nicht recht lohnt, wenn man sich anstrengt. Mit wem sprichst du eigentlich? Das ist eine Freundin von mir, die Edelmer-Katze. Erlaubt ihr, dass ich sie vorstelle? Sie will mir gar nicht gefallen. Aber wenn sie will, kann sie mir die Hand küssen. Nein, danke. Sei nicht so unverschämt. Und sie mir gefällt es nicht so furchtlos an. Also ich habe mal gehört, eine Katze braucht den König nicht zu fürchten. Ich weiß nur nicht mehr wo. Nun, jedenfalls muss sie entfernt werden. Liebe Frau, ich wünschte, dann könntest du mir diese Katze dort entfernen lassen. Kommt auf mir! Ab, sag ich! Ich hole dir erst selbst den Scharfisch da. Wenn hier nicht augensblicklich etwas geschieht, dann werde ich alle, die hier herumstehen, den Katzen lassen! Die Katze gehört aber der Herzogen! Die! Das ist im Gefängnis! Mal führe sie vor! Wo ist denn die Katze? Ja! Hier, dieses Zuckerstückchen... Wie sehr ich mich freue, dich wieder zu sehen! Also, wenn ich einmal Herzogin bin, kommt mir keinerlei Pfeffer in die Suppe. Suppe schmeckt auch ohne Pfeffer. Und überhaupt, es ist immer nur der Pfeffer, der die Menschen so scharfzüngig macht. Du bist in Gedanken, meine Süße. Und deswegen vergisst du etwas zu sagen. Ich weiß noch nicht, was die Moral davon ist. Aber es fällt mir sicher wieder ein. Vielleicht hat es gar keine Schnippenschnacken. Mein Kind, denn alles hat seine Moral. Man muss nur ein Auge dafür schaffen. Mit wie Rocket spielen scheint es nun ein bisschen besser zu laufen. Es ist wahr. Und die Moral davon gibt es. Liebe. Ach, nur Liebe macht es, dass die Welt sich dreht. Ja, aber ich hab meine, die Welt würde sich bedeutend schneller drehen, wenn nur jeder in der Hand eigentlich so viel aufschauen würde. Ja, das kommt doch so ziemlich aufs selbe hinaus. Ja, und die Moral davon ist, sorge ich schon, dass was und das wie kommt von allein. Gern sie doch für alles eine Moral so. Ich wundere dich sicher, warum ich dich nicht gefässt und schwung halte. Aber das ist nur, weil ich nicht weiß, wenn wir uns beißen. Also, ich glaube, Flamingos beißen. Scheint schon. Flamingos, denn das hat da scharfe Zähne. Und die Moral davon ist. Ich traue keinem Vogel. Bevoll. Ja, nur, dass es kein Vogel ist. Ja, klar. Wie, klar, du dich ausdrücken kannst. Es ist ein Bodenschatz, glaube ich. Natürlich, natürlich, ein Bodenschatz. Hier dagegen wird sogar sehr viel Cent gestochen. Und die Moral davon ist, was du nicht willst, dass man sie tut. Deswegen will auch keinen anderen Bezug. Nee, Cent ist eine Pflanze. Auch wenn es gar nicht aussieht wie einer, es ist trotzdem eine Pflanze. Oh, ja, eine Pflanze. Nicht. Und die Moral davon ist, sei, was du scheinst. Oder scheine, was du bist. Oder einfacher ausgedrückt. Sei niemals unentschieden von dem, als was umgeben von dem. Anders hätte sein können, als die andere. Und was den anderen dann wieder so erscheinen würde, als sei es ein vollkommener Ander. Also, ich glaube, ich hätte bedeutend besser folgen können, wenn sie mir das aufgeschrieben hätten. So komme ich gar nicht recht mit. Ach, das ist doch gar nichts, was ich sagen könnte, wenn ich nur wollte. Oh, bitte geben Sie sich keine Mühe, es noch länger auszudrücken. Wer wird denn da schon von Mühe sprechen? Ich meine, das ist ja einfach für so jemand wie... Okay, damit schenke ich dir alles, was ich jemals gesagt habe. Das ist mir ja ein tolles Geschenk. Hoffentlich denke ich, siehst sowas nicht auch noch zum Geburtstag aus. Du bist wieder gedanken. Man wird doch wohl noch denken dürfen. Ach ja, natürlich. So wie ein Kerlkind fliegen und die Moral. Hi, schönen guten Tag, wo sind wir jetzt hin? Ich warne dich. Entweder ich bin dich los. Und zwar auf der Stelle. Oder du deinen Kopf. Das kannst du dir aussuchen. Ja, ich gehe da rein. Hast du schon mit der falschen Suppenschildkröte gesprochen? Ich weiß gar nicht, was eine falsche Suppenschildkröte sein soll. Das ist das, woraus man falsche Schildkröte so verkocht. Davon habe ich weder gehört, noch habe ich das jemals gesehen. Oh, na dann, komm mit. Sie kann dir ihre Lebensgeschichte erzählen. Der Frosch spricht dich hin. Ich muss los. Noch einige Hinrichtungen beaufsichtigen. Ich muss los. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was hat sie denn für einen Kummer? Sie hat keinen Kummer nicht. Das ist alles nur in ihrer Fantasie. Alter Freund, das Roller hier, das möchte deine Geschichte hören. Die soll sie hören. Setzt euch hin und hört mir zu, bis ich zu Ende bin. Einst, da war ich echt. Als wir klein waren, da gingen wir im Meer zur Schule. Und unser Lehrer war eine alte Schildkröte. Wir nannten ihn das Schaltier. Aber warum denn Schaltier, wenn er doch keins war? Wir nannten ihn das Schaltier, denn er Schaltier. Kinder, du bist wirklich sehr schön im Betrieb, dass du dich nicht schämst, so dumme Fragen zu stellen. Mach weiter, alter Freund. So sitzen wir morgen noch hier. Wir gingen im Meer zur Schule. Aber wenn du das vielleicht... Ich habe nicht gesagt, dass ich... Doch! Ruhe jetzt! Wir genossen die allerbeste Erziehung. Wir gingen sogar jeden Tag zur Schule. Das tue ich doch auch. Darauf brauchst du dir gar nichts einzubilden. Ach ja? Hast du auch Wahnfächer? Ja, Französisch und Musik. Und Waschen und Bügeln auch? Aber woher denn? Tja, dann besuchst du eben keine erstklassige Schule. Bei uns stand auf der Quittung mit der Schuljahr immer Französisch und Musik. Wir waschen und bügeln zusätzlich. Aber, wie könntet ihr doch nichts anfangen, mitten auf dem Meer des Kuhls? Das konnte ich auch gar nicht lernen! Weil ich zu arm war! Ähm, was habt ihr denn sonst noch gelernt? Nun, da wären das große und kleine Nabelweh und Deutsch und alle Unterarten Schönschweifen, Rechtspeibung, Spachenbeere und Hausversatz. Ja, davon hab ich noch nie gehört. Was ist denn ein Hausversatz? Wie? Noch nie von Hausversatz gehört? Aber was Versetzen ist, das weißt du doch hoffentlich. Das ist, wenn man für etwas Geld bekommt? Na also, und wenn du jetzt immer noch nicht weißt, was Hausversatz ist, dann bist du wirklich auf den Kopf gefallen. Was habt ihr denn sonst noch gelernt? Nun, da wären noch Erdbeerkunde mit und ohne Schlagrahmen und Seographie. Und die Marktheit hat mich und dazu kam jede Woche ein alter Zitteraal, mit dem übten wir Bruchlächeln, zusammenquälen, abmühen und kahlbehen Und wie war das denn? Das kann ich dir leider nicht mehr vormachen, weil ich nicht mehr gelenkig genug dazu bin. Und der Frosch, der hat diese Fächer nicht gehabt. Ich hatte keine Zeit dazu. Aber in alten Sprachen, in alten Sprachen, da, da war ich immer sehr gut. Wir hatten einen ziemlich alten Krebs. Bei dem gab es immer Vieh, Hisch, Eien. Wie es immer hieß. Richtig, richtig. Wie viele Stunden habt ihr denn am Tag? Wir hatten zehn Stunden am ersten Tag, neun Stunden am zweiten Tag, acht Stunden am dritten Tag, und so weiter. Hm, einen schönen Stundenplan müsst ihr gehabt haben. Er war ja von Tag zu Tag Lehrer. Es waren ja auch lauter Lehrer im Haus. Da war das unvermeidlich. Und der elfte Tag war also schulfrei? Das ist doch klar. Und was ist mit dem Zwölf? Das reicht es, was den Stundenplan angeht. Erzähl uns lieber was über die Spiele. Du hast vielleicht noch nicht längere Zeit im Meer gelebt und die Bekanntschaft eines Hummers gemacht. Doch, einmal beim Abendessen habe ich leider nicht. Tja, dann hast du auch keine wundersch... Dann hast du auch keine Vorstellung, wie wunderschön ein Hummer Quadrille ist. Das ist wahr. Wie wird sie denn getanzt? Also, zuallererst, da stellen sich alle in einer Reihe am Meerestand auf. In zwei Reihen. Seehunde und Schildkröten. Und dann, wenn die Qualen weggeräumt sind, was nämlich seine Zeit braucht, zwei Schritte vor, jeder mit seinem Hummer mal. Gefilmt uns sonst, zwei Schritte vor, Verbeugung. Hummer wechseln und wieder zurück. Und dann musst du wissen, wirft man die Hummer, so weit man nur kann ins Meer hinaus, schwimmt ihr nach, schlägt ein Purzelbaum im Meer, wechselt noch einmal die Hummer, schwimmt wieder zurück nach dem Zufa und das ist die erste Figur. Das ist ein sehr schöner Schatz. Möchtest du sehen, wie er geht? Oh ja, gerne. Machen wir doch die erste Figur, die geht nämlich auch ohne Hummer. Bitte geh doch etwas schneller, spart der Weißfisch zu der Schnecke. Hinter uns dreh dich nicht um, krabbelzwingt zwei kleine Zwecke. Sie, die Schildkröte und der Hummer laufen schon aufs Ufer. Willst du, magst du, willst du, magst du, sagst du mir das Tänzchen zu? Willst du, magst du, willst du, magst du, sagst du mir das Tänzchen zu? Stell dir doch, wie schön, stell dir doch vor, wie schön das wird. Ich kann's genügend kaum erläutern, wenn sie uns mit den Nummern aufs offene Meer schleudern. Zu weit, zu weit, die Schildkröte spricht und schaut dabei auf ihre Schuhe. Dank dem Weißfisch allerherzlichst, doch sie sagt dem Tänzchen zu. Könnt und möcht' ich, könnt und möcht' ich, sagt dem Tänzchen zu. Könnt und möcht' ich, könnt und möcht' ich, sagt dem Tänzchen zu. Applaus! Ich lieb' euch an. Das ist mal ein sehr schöner Tänzchen zu schicken. Vor allem gefällt mir das Werk für die Kölnchen mit dem Weißfisch. Ach, was denn Weißfisch angeht, du hast doch sicherlich schon mal welche gesehen. Ähm, es gab irgendwas am Freitag... Ich weiß zwar nicht, wo der Freitag hündet, aber dann weiß ich immerhin, wie sie aussehen. Gut, so ungefähr. Sie haben die Schwestern sich im Mund und sind voller Bröseln. Mit dem Bröseln im Mund, da liegst du falsch, denn die würden nämlich im Meer abgehen, aber mit den Schwänzen im Mund, da liegst du richtig. Ach, Frosch, erklär du dir diesen Klimbe mit Esswegen und Weinen. Also, das kommt daher, weil sie immer partout mit den Hummern tanzen wollen. Und deswegen werden sie immer aufs Meer hinausgeschleudert. Und deswegen fliegen sie immer sehr lange durch die Luft. Und deswegen halten sie sich mit dem Maul am Schwanz fest. Und deswegen bekommen sie den Schwanz nicht mehr aus dem Maul. Darum. Das ist sehr interessant. Ich habe das alles über Weißfische immer nie gewusst. Ich kann dir gerne noch mehr erzählen über Weißfische, wenn du es hören möchtest. Weißt du zum Beispiel, warum der Weißfisch Weißfisch heißt? Das habe ich mir noch nie überlegt. Nun ja, weil er so viel weiß. Er weiß zum Beispiel, wie man die Koralle dient wird. Die Koralle dient wird? Nun ja, wie sagst du denn dazu, wenn alle zusammen singen? Das ist ein Chor, glaube ich. Na also, und im Meer macht einer den Chor für alle. Das ist die Koralle. Wobei diese es überhaupt so leid hat. Immer bösen, der dazwischen kommt und so, dass so alle taub sind. Die Stöhne und die Schnapfische natürlich. Das weiß doch, wie der Flünder. Wenn ich der Weißfisch gewesen wäre, hätte ich mich umgedreht und zu der Zwecke gesagt, lass uns gefährlich in Ruhe. Wir können dich nicht brauchen. Was die Zwecke angeht, kein vernünftiger Fisch würde auch nur einen Schritt ohne Zwecke tun. Ach ja? Natürlich nicht. Wenn ein Fisch auf Reisen gehen wollte und zu mir käme, dann wäre meine allererste Frage, mit welcher Zwecke? Mit welchem Zweck, meintest du sicher? Ich meine, was ich sage. Erzähl uns doch mal, was du bisher erlebt hast. Ich könnte euch erzählen, was ich seit heute Morgen entdeile. Aber weiter zurück zu gehen, gibt es gar keinen Sinn. Denn da weiß noch jemand anderem. Erklär, erkläre das einmal. Zum Beispiel bei den Müll habe ich versucht, so ernstlich doch, dass vielelei mehr zu sagen und die Wörter kamen ganz falsch heraus. Das ist merkwürdig. Merkwürdiger geht es gar nicht. Ob jemals alles wieder mit rechten Dinge zu mir führt. Möchtest du ein Taschentuch? Oder soll dir der Hummer noch ein Lieb... er soll dir die falsche Zutenschildkürze noch ein Liebenswort sagen? Oder soll mir dir noch eine Figur aus der Hummerquadrippe zeigen? Oh ja, ein Liebenscher. Und wenn es der falschen Zutenschildkürze nix ausmacht? Die Geschwäcker sind verschieden. Bitte geh doch etwas schneller. Schnellprozess, wir gehen! Komm jetzt! Äh, wir schlitten Prozess? Komm jetzt! Meine Zufa. Bitte geh doch etwas schneller. Hey! Ich blah, ich damit einfach's have. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Die nächsten Zeugen. Deine Aussage? Mag nicht. Diese Zeugen, meine Majestät, müssen Sie ins Kreuzweuer nehmen. Was sein muss, das muss sein. Was braucht man zum Törtchen backen? Pfeffer, hauptsächlich. Schluss mit dem Schnapphast! Zwicht ihn, beicht ihn, unterbillen, hachst ihn, bekommt was! Und ab mit dem Sturbart! Seist du, such dir die nächsten Zeugen. Wirklich, liebe Frau, das nächste kommt mir her, musst du führen. Die tut schon die Stirn ganz weh. Alice! Alice! Zur Stelle. Was weißt du von der Angelegenheit? Nicht. Nicht das Geringste? Nicht das Geringste. Das ist sehr wichtig. Unwichtig, meine ich, eure Majestät natürlich. Unwichtig, meine ich natürlich. Wichtig, unwichtig, unwichtig, wichtig. Vorschub Nummer 42. Alle über einen Kilometer großen Personen haben den Gerichtssaal zu verlassen. Aber ich bin kein Kilometer groß. Doch! Fast zwei Kilometer! Nun, auf jeden Fall bleibt es hier, zumal dieser Vorschub gerade eben erst gefunden worden ist. Das ist die älteste Vorschub. Im ganzen Buch! Dann hätte sie aber als Nummer 1. Wie lautet euer Urteil? Noch nicht. Mit Verlaub, eure Majestät, eben ist dieser Brief gefunden worden. Was steht darin? Ich habe ihn noch nicht geöffnet. Aber anscheinend ist es ein Brief des Angeplagten an irgendjemand. So muss es gewesen sein. Es sei denn, er hat ihn an niemanden geschrieben. Und das ist meines Wissens nicht üblich. Ja, an wen ich an? Er hat keine Adresse. Von außen ist er überhaupt ganz leer. Ich meine, Alter, ein Kartenspiel. Ich halte ihn. Vielen Dank. Applaus Applaus Dann hat sich das Bühnenbild in wundersamer Weise mal dorthin, mal da nun gewandelt. Dafür waren Marie Kaule in der Hilsa, Valeria Berger und Sinita Dacic verantwortlich. Applaus Wenn man überlebt, dass das nicht gerade in ihrer Alltagskleidung ist, schade eigentlich. Applaus Dann waren für die Kostüme verantwortlich Margarete Weirich, Anna Holländer und Jakob Amorowitsch. Applaus Und damit so viele, die heute Abend den Weg hier hergefunden haben, war es notwendig, auch Werbung zu machen. Und die Plakate haben zu verantworten Tatjana Dagi von Jakob Amorowitsch und Melanie Wagenzeichen. Applaus Und was man sieht, in dem Dunkeln sieht man nicht. Da hinten sitzen sie und sind ganz, ganz wichtig, unsere Leute von der Technik, Daniel Lasch. Daniel Lasch. Applaus Alexander Grün. Applaus Applaus Ich möchte nicht verschweigen, dass auf dem Titelblatt steht, alles nach einem Roman von Lewis Carroll. Jetzt müsste eigentlich die Klammern darunter stehen, dramatisiert von Stefan Burgemeister. Applaus 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 Und nicht nur Ihnen, sondern auch Frau Helga, die in dieser Aufführung nicht beteiligt waren. Applaus Ich möchte Ihnen mal ganz herzlich das Dankeschön aussprechen, wenn Sie vielleicht noch in das Zentrum des Gesprächs kommen. Das wäre ganz toll. Applaus 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 wo man manchmal hart war. Es lohnt sich also, ins Krankengymnasium zu kommen und zum Theater allemal. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann denke ich, ist der Applaus ein gutes Zeichen dafür. Wenn nicht, sage ich es ist gut, wir machen was anderes. Und wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie nächstes Jahr gerade wieder. Ja, morgen sowieso, aber das ist klar. Aber zu unserem 150-jährigen Jubiläum, ich könnte mir fast vorstellen, wenn Sie noch einen kleinen oder großen Applaus haben, lasst die Nummer aufrehen, vielleicht in anderer Besetzung, aber sicher nicht. Applaus Die stehen gleich an der Tür mit ihrem wunderbaren Zylinder. es dann sage ich wieder auf dem Angelegen, und ich würde es nicht mehr sagen, Aber so war auch das eine sehr gute Angelegenheit,